So, jetzt seht ihr mal Terraforming, was wir eigentlich bei uns immer hinter den Kulissen gemacht haben, also wo wir eigentlich nie aufgenommen haben. Und diese scheiß Legs, nicht Legs, sondern diese Bugs hier. Ich weiß nicht, am Shader liegt es nicht, weil ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gehabt. Gerade eben, wo ich jetzt aufnehmen will, jetzt kommt sie wieder. So, ich glaube die Fläche reicht erst mal. Vielleicht hier noch. So. So, ich habe hier so einen Zettel aus Google ausgedruckt, wo Minecraft-Kreise beschrieben werden, wie man die Baut. Ich meine, es ist auch so. Na, na, nach Hause wird scheiße, es ist, ich, wemel, so, eh, scheiße. Ich habe mich verbaut. Geißig. Das Kreis ist ja symmetrisch an, also muss er an allen Seiten, also, ja, an Minecraft-Seiten, muss er immer gleich lang sein. Ja, ein, äh, ja. Da muss ich... Ja. Also, es wird dann halt nicht so ein schöner Kreis, dann ist es halt so ein... ...weiß so. Ich hoffe, das ist schon irgendwie alles noch. Oh Gott, äh, äh, blablabla. So. Habe ich Knochen? Ja, ich habe Knochen. Oh Mann, was ist, was ist das für ein Kack? Das kackt doch an, dieser Kack. Oh, ich muss essen. Kann ich das noch größer machen? Ich kann's nur ein bisschen die Breite ziehen. Ich muss das ungefähr wieder so machen, dass hier... Jetzt habe ich keine Axt dabei. Sehr gut. Wunderbar. Juli, am Bauen, schon vergisst du die Hälfte. So. Also, vielleicht siehst du mich hier... Scheiß, jetzt bin ich gesprungen. Ich baue mein Haus... Wenn du eigentlich von deinem Haus kommst, müsstest du mich eigentlich sehen. Seh dich nicht. Bist du auf der Brücke? Habe schon. Na, ich seh dich. Einfach geradeaus weiter, leicht rechts. Ach, da hinten? War das aber nicht schön, als ich sage. Upsa. So, wer hat jetzt schon wieder was in WhatsApp geschrieben? Oh mein Gott, das soll mal aufrehen. Oh mein Gott, WhatsApp. Ja, immer wenn ich am Aufnehmen bin, wäre schon schreiben. Oh, immer, wir sind einfach zu fame, ne? Ja. Ey, kommen keine Sitzlinge. Komm, Fichten, was ist das denn? Ich kriege keine Fichten-Sitzlinge. So. Sind in den Wald, oder? Boah, das... Das kackt ja echt an. Ich muss mal kurz probieren, ob das mit dem anderen... ...Texture-Pack auch so ist. Ah, das scheint's nicht zu sein, alles klar. So. Ah, da sind sie doch! Ah, kacke. Oh, WhatsApp, Alter. Bei dir auch? Ja, wir haben so eine Klassengruppe. Oh. Da geht immer voll die Party ab. Ja, wir haben so eine Yolo-Gruppe. So, erst mal... Dör, 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 dör. Nein, Fichten. Oh mein Gott, jetzt tüchte ich da Fichtenholz rein. So. Mach ich erst mal... So. Alles mal außenrum. Also, ich hoffe, dass ich hier... Du brauchst Aussand für Glas, oder? Jo. Aber ich nehme Glasfenster, ne? Also, nichts ist normal. Ja, ich auch. Normalerweise. stecke ich das hier alles mal kurz rein, was ich nicht brauche. Und... Weiß ist meine... Und gehe dann mal auf... Sand-Suche. Oh mein Gott, ich habe sogar vier Sand. Echt? Ja, vier Sand. Oh, geil. Willst du die haben? Ne, ich muss mir... Besonders du hast die in zwei Sekunden zusammen erfahren. Warte. Ich muss mir die Koordinaten aufschreiben. Hier vom Haus minus... Und 50. Läuft. Dann mache ich mich mal auf die Suche. Wo ist das hier? Und der ganze See, wo wir jetzt drumrum... Würde drumrum bauen, der ist komplett vereist. 17... Ah, sag ich, wie viel mir verzählt. Echt? Nein. Weil ich geredet habe. Vier, 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 fünf. Ich habe das Essen vergessen, ich Idiot. Oh mein Gott, es ist unsymmetrisch. Also es ist nicht symmetrisch. Also ich baue meine Seiten immer in der ungeraden Seitenanzahl. Blockanzahl. Da habe ich bei einer Seite gerade und bei einer Seite ungeraden. Geil. Respekt. So was kriege ich aber nur ich auf die Reine. So, ich brauche ja auch kein Schwert mitnehmen oder ähnliches. Oh, ich will Sand. Sand, 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 sand. Hier sind überall noch kleine Szenen. Da können wir überall noch einen Park machen oder so. Und da ist nicht Luft. Ja, das ist irgendwie vorkommen. Hier ist alles, hier ist nur Schneelandschaft, gell? Oder warte ich, anstatt jetzt alles, das Ganze, die ganze Erde könnte ich natürlich auch mein Haus, das habe ich hier so einen Grundriss. Aber Grundriss ist besser aus Stein, ne? Oh, das ist ganz geil. Ich lasse das so, ich fahre mir gleich einfach die Erde ab. Ich kann sie nicht sagen, ob es was besser ist. Fuck. Weil ich baue mein Haus immer gleich mit den Ecken, weil ich baue ja, äh, 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 bei meinem Haus, die Ecken mache ich ja immer aus diesem Rohholz. Ja, das mache ich auch immer. Ja, und so, so platziere ich halt immer gleich meine Ecken. Und dann habe ich mir, was weiß ich, ich glaube, es war in der Season, habe ich dann, oder ne, bei meinem Single-Let's-Play habe ich dann, ähm... Du musst mal schlafen, und bist, hast du, bist du noch da hinten bei dir, oder bist du weg? Ich bin weg, ich bin Sandfarm. Okay. Oh, das ist ein Bogen. Also, es kommen ja keine Monster, als ich mir keine Nachts weiterbauen. Ne, mögen wir mal die Fichten setzen, Linge. Ja, ja, nimm, was du willst. Ja. Gönnen, einfach mal gönnen. Oh, das gefällt mir. So. Oh, wie viel Glas brauchst du in etwa? Oh, Kage. Aber es, was ich fahre, ich glaube, ich habe jetzt einfach selber, ich glaube, es ist ein bisschen viel... Salz, äh, fahrt, äh, äh, salz, wie sag ich, Salz? Salz? Oh, mein Gott. Es ist zu viel Salz zum Fahnen, oder? Ich glaube, ich brauche ziemlich lange, um Salz zu fahren. Ich habe gut, ich versuche gerade einen Zaun zu essen. Oh, mein Gott. Ich habe die ganze Zeit einen Zaun in der Hand und mache Rechtsklick. Oh, mein Gott. Ich bin so... Profis am Werk. Ja, Mann. Weißt, was ich suche mir, glaube ich, erst mal ist, äh, ein, zwei, drei Eisen für eine Eisenachst. Ja. Überlege ich mir vielleicht auch nochmal offline zu machen, falls ihr nichts dagegen habt. Ach, wir haben was dagegen. Wir können sich cheaten. Ja. Dann würde da, wie bei Janis, TMI Unlimited stehen. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Da gibt es hier keine kleine Schlucht. Ich habe mich gerade gar nicht. Oh, ich hätte mich... Wo? Nee, gar nicht wahr. Pilspion. Wo? Pilspion. 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 Ja. Ja. Ich habe es bisher nur, ich habe es bisher nur einmal gefunden und es war mein Single-Lettsplay. und ein Scherz zwar noch mit meinem alten Rechen und da wusste ich nie was ich glaube und so wenn du das alleine bist und dann mal mein Kraft aufnimmst du bei der Fall ich mag ich mag lieber so zu gehen da ja auf jeden Fall hast du ein Thema über das wir sprechen können äh als aktuell ist ja NSA oh Gott wenn wir auch mit NSA das sind wir in der Schule schon zu oft oder jetzt gerade zu arg durchgesprochen und wir haben auch eine Arbeit darüber geschrieben wir haben heute so einen Wirtschaftstest geschrieben der ist auch habt ihr auch einen Wirtschaftstest zufällig geschrieben? nein äh GK da wird in ganz Deutschland geschrieben ich glaube in einer Stufe 9 und so keine Ahnung ob der auch in der 11 geschrieben wird auf jeden Fall wir haben keine Wirtschaft achso ja generell Politik haben wir auch nicht das ist Gemeinschaftskunde das ist alles so ich bin nicht vertreten ich habe mich auch nicht Eichenholz abbaue ich auch aber fichten ich bin ich will nicht gewinnen die Lehrerin hat so voll die Erwartungen in mir die Sackson und war nur willst du gewinnen so ja auf jeden Fall so ja schön dann lernen war ich so und so läuft da hat sich ja nicht mehr woher kann er so wird woche Eichenholz her eh hier bei den Pilzbäum eh lol und dann ähm Kana Kana beim dabei bei der Wirtschaftstest ist eine Frage was ist die zweitmeist gesprochene Sprache der Welt ne A Chinesisch B Deutsch C Französisch D Arabisch Rama was ich an dem Kreuz habe Deutsch D Arabisch ja und was ist richtig NEIN das ist Chinesisch ECHT einfach so einfach so aus Prinzip habe ich einfach Arabisch angekreuzt ich wusste es ist falsch achso du wolltest nicht der Beste sein ja ich will nicht da weil dann geht es immer weiter also dann achso so ich bin ja hier in der Nähe so wie so so ein bundesweiter Contest genau Prozent und der Gewinner konnte nur nicht als es ist erst mal Schule der Wettbewerb danach in in Prozent und ist Bundesländern und dann in ganz Deutschland oder sowas und dann halt sowas einfach arabisch angekreuzt, einfach so ob ich das echt chinesisch? ja, also aller Chinesisch, sogar die Schlauße aus unserer Klasse ja, hier lehren wir was, ne? Ja, Kinder na, rechte schaut uns lieber nicht zu, ne? bei uns lehren die eigentlich bloß wie man ja, spielt, ne, wie man die Hand anlegt sag ich mal die Hand anlegt also ich hoffe, das verstehen jetzt manche nicht wirklich so ich hoffe einfach mal, das verstehen eigentlich alles so ja, klar obwohl ich hab ganz viel Eisen ich bin, ich würde es eigentlich mal echt interessieren, ob die ersten Abonnenten, die eigentlich uns so abonniert sind und alles so was für sich bei 10 oder wo wir noch 10 Abos hatten ob die wirklich noch alle dabei sind schreibt mal in die Kommentare! Hey, ungeheul, guten Tag! oh mein Gott! und ich hab mir, ich hab mir, warum hab ich F3? kennst du, ich weiß mal so Werbung, kennst du Broad and Suns? BTTV natürlich ja, 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 mein Bruder und ich haben die, glaub ich, einmal bei, äh, wir haben die einmal getroffen aufs Xbox Home bei GTA, 5V ja, bei, auf der Xbox, hey, ach so, ja, die, 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 die meisten, ja, die spielen immer GTA online und so ja hab die einmal getroffen ach so, ja, nur ganz kurz okay richtig gerne, hör ach so, hab, äh, Xbox 360 oder was? doch, haben sie doch da hießen die Wolfen zum Kalibur wissen die auch, ich denke schon, dass die das mal aber, ich kann sie nicht sagen, ich schau die nicht so weil ich, ich meine die Xbox, und wie war hieß die, die da, Wolfen zum Kalibur ne, ich meine, ob ihr ne Xbox habt ah ja, doch, hier ne Xbox ja weil da hießen die Wolfen zum Kalibur, zwei Typen, und habe gedacht, das wären, habe ich gedacht, das wären die das kann gut sein ich weiß, ob die ne PS3 haben, ich glaub, ob die ne Xbox ne, was nicht wer das weiß, schreit sie sich nicht okay, warte, warte mal, ich muss, müssen wir nen kurzen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder jo, liebe Freunde, da wär' ich dann auch schon wieder zurück, na, nach diesem kurzen Cut, denn, äh, es hat jemand unten an der Tür geklingelt hm 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 ja, ich bin sag, du hast nicht das Pilzbium gesehen nein du hast nicht das Pilzbium gesehen das ist hier einmal rüber ich steh, ich bin hier so vorne wo denn? guck mal, wer da hinten ist ja, ich war hier direkt vorne und ich finde ich, ich finde den Weg nicht mehr zurück wo zurück? ja, nach Hause ja, ich hab die Cordis aufgeschrieben ok wo ist das Pilzbium? da hinten? da hinten? hey, wo Pilz? hier sind Pilze ja, aber das ist ja nicht das Pilzbium das ist doch ein Pilzbium das ist Sumpfbium hey, was ist denn ein, ist das nicht Pilzbium? nein, das Pilzbium ist da, wo die Pilze wachsen das hier wachsen noch Pilze? ja, aber die kleinen ich meine die großen ach, hier gibt's große Pilze? ja, natürlich, wenn die ausgewachsen sind warte, ich will mal was ausprobieren hast du Knochen bei dir? äh, nein, weil du musst die im Dunkeln wachsen die bloß ach so, nicht, dann ist immer Pilzbium warte, du musst mal ich kann dir mal nachher einen Link schicken von einem Video von mir, vom Single Let's Play weil jetzt sieht man, wie es Pilzbium aussieht okay, welche Richtung muss ich? warte, ich muss auf drei drücken, wir müssen in diese Richtung ich bin so dumm, ich muss noch weiter Fichten ich hab nur Eichenholz gesagt oh Gott, da muss ich kurz nie sein äh, wie viel Holz hast du? warte, warte, warte 29 Eichenholz und noch 1, 6, 2, 6 Fichtenholz das ist zu wenig ja, ich brauch Fichtenholz aber, aber wo, 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 wo geht's zurück? ne, warte, ich, weil ich bräuchte Eichenholz ich bräuchte Eichenholz kann ich mir die Axt zu schmeißen? oder? brauche ich Eichenholz nicht du brauchst Eichenholz nicht ich brauch Fichtenholz nur ja, dann musst du halt, 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 vorgehst du hin du glaubst, jetzt immer in die Richtung hier immer so in die Richtung okay und lass mir die Axt da ja, ja, das ist okay danke jetzt habe ich keine mehr und du musst einfach nur gerade auslaufen und ich hab 26 Eisen lol, woher ja, ne Schlucht echt? ja jetzt ne ganz neben Schlucht sag mal, hast auch die Schlucht übersehen und jetzt auch noch ein Höhleneingang sag mal ich sag dazu ne, ich sag dazu echt nix sag mal, hier geht's voll tief rein und hier ist wo wie viele Eisen ich geh mal wieder raus, ich will produktiv sein mach das jetzt Zeit, ihr bereit und, ihr habt so okay, was in welcher Richtung nochmal die hier glaubt hier geht's nach Hause die Richtung also mein zuhause ist bei Minus Minus 175 bei X und bei Z50 Minus 75 Minus 75 und ja, hier in die Richtung das wäre die falsche Richtung müsste ich hätte noch etwas weiter nach rechts gehen müssen ja, sorry ich hab halt gesagt etwa in die Richtung also, mit etwa mein dich so geschätzt ja, mit was sollen wir mal sprechen wir waren auch mal hier ein bisschen so, ne, nicht so ne, komm, wir bauen nicht zwar, sondern wir wollen mal ein bisschen Thema sprechen, ne, das war ich eigentlich nie in mein Netzplace weil ich, zum Beispiel bei FIFA habe ich einfach, glaub ich, dieses ganze Spiel einfach gar nichts gesagt, weil ich hab ich so konzentriert, ich lag 2-0 zurück dann hab ich noch ein 2-2 draus gemacht oh und dann hab ich nicht gemerkt, dass ich, äh, vergessen hab, dass der andere mich hörten, ne äh, aufnehmen und der andere mich die ganze Zeit gehört und dann hat der beim 2-2 hat der geschrieben so, fuck you, fuck you, ich hab mich voll erschrocken, ne, weil ich dachte so, wow, woher kommen die Stimme, ne ja und ja, dann hab ich, da hab ich zurück gesagt, fuck you, und dann hat der, war der Typ leise äh, äh, war so witzig ja, auf jeden Fall du hast, ach so, du hast das FIFA schon mal aufgenommen und dann hast du vergessen ja, ich hab auch zwei Parts hochgeladen, aber ich spiel kein FIFA nicht mehr so oft nur wenn hier, sag ich mal so ne, wenn so ein paar Leute hier bei jetzt sind, so coole Leute, bestimmte Leute die FIFA auf PC aber mit Controller ich FIFA kann ich nicht ohne, mit Maus und Tastatur, kann ich nicht FIFA spielen, das geht nicht das geht nicht außer FIFA 06, das kann ich mit Maus spielen, das aber auch E ist, Lauf, Sprinten, W ist und so alles, ne das ist halt so die Standardsteuerung und scheiß ich glaub ich hab mich verirrt ich guck einfach nach den Cordis ich war noch mal die Cordis und ich war noch mal die Cordis